Gottfried Wilhelm Leibniz wurde 1646 in Leipzig geboren. Friedrich der Große bezeichnete ihn als eine Akademie für sich. Leibniz lebte in Hannover und pflegte Beziehungen zum dortigen Hof, welche sich jedoch kurz vor seinem Tod abkühlten. Seine Erfindung der Infinitesimalrechnung geschah kurz danach, aber unabhängig von Isaac Newtons Differenzialrechnung, was zu langen Streitereien bezüglich der Urheberschaft führte. Seine große Bedeutung geht neben der Philosophie und Mathematik noch von seinen Tätigkeiten als Erfinder und Entwickler, Diplomat und Jurist aus. Daher gilt er als das letzte Universalgenie. Die meisten seiner verstreuten Schriften erschienen erst weit nach seinem Tod 1716. Während Descartes von den zwei Grundsubstanzen Materie und Geist ausging und Spinoza sogar von einer einzigen, nämlich der göttlichen Substanz, entwickelte Leibniz die Vorstellung unendlich vieler Substanzen, die er Monaden nannte. Monaden treten als einfache Grundsubstanzen auf. Sie kennzeichnen keine mathematischen oder materiellen Punkte, sondern seelische Kraftpunkte. Sie sind unzerstörbar und unräumlich, denn, Zitat, Es gibt da, wo es keine Teile gibt, weder Ausdehnung noch Figur, noch die Möglichkeit einer Teilung. Und diese Monaden sind die wahren Atome der Natur. Unser Modell zeigt oben symbolisch eine Monade. Wie jeder Punkt alle Richtungen des Raumes enthält, so steckt in jeder Monade die Gesamtheit der Welt. Als Gott, welcher der Zentralmonade entspricht, die Monaden schuft, hat er alle wie Uhren aufeinander abgestimmt. Dieses Uhrengleichnis der prästabilisierten Harmonie sehen wir im roten Kreis unseres Modells. Alle Monaden stehen in Harmonie zueinander. Sie bilden die ganze Welt aus verschiedenen Gesichtspunkten ab, einige vollkommen blind, andere deutlicher bis zur verendeten Klarheit Gottes. Als vollkommen einfache Wesen können die Monaden keinen Einflüssen von außen unterliegen, die in ihnen etwas verändern würden. Leibniz drückte dies mit dem Satz, Monaden haben keine Fenster aus. Die Monaden befinden sich aber in ständiger innerer Veränderung. Aufgrund eines ihnen innewohnenden Strebens nach Vollkommenheit gehen sie von einem Zustand zum nächsten über. Diese Zustände nannte Leibniz Perzeptionen. Da die Monaden sich in der von Gott gestifteten Harmonie befinden, kennt jede Monade den Zustand aller anderen. Dabei gibt es verschiedene Stufen der Perzeption. Diese reichen von den sogenannten nackten Monaden, die Informationen über die Zustände aller anderen zwar besitzen, aber kein Bewusstsein darüber aufweisen, bis hin zur Aperzeption, bei der dieses Bewusstsein vorhanden ist. Dies entspricht dem Kontinuum von der bloßen Materie über die Tiere und den menschlichen reflektiven Geist bis hin zur Zentralmonade Gottes. Zusätzlich demonstriert unser Modell das Prinzip der Verschiedenheit. Verschiedenheit. Nirgends in der Natur gibt es zwei Wesen, die vollkommen gleich wären, was Leibniz einigen Damen am Beispiel von Laubblättern demonstrierte. Man kann suchen, wo man will. Es finden sich keine identischen Blätter. Welche Möglichkeiten die Welt birgt, meinte Leibniz, habe Gott schon vorhergesehen. Bei der Schöpfung des Universums habe er sich für die beste aller möglichen Welten entschieden. So ließe er auch das Übel in unserer Welt zu, denn es erweise sich als das Kleinstmögliche, das notwendig zu der vollständig determinierten Welt gehöre. Jede andere Welt hätte entweder noch größere Übel in sich oder sie wäre in sich widersprüchlich und deshalb unmöglich. Das Glück ist laut Leibniz nicht etwas Vollkommenes, Beschauliches genießen, sondern ewiges Streben und Fortschreiten zu neuen Freuden und Vollkommenheiten.